Tim zeigt euch heute, was ihr als Einsteiger so zum Bogenschießen braucht. Die kompletten Einsteigersätze findet ihr bei uns im Shop. Der Seitenköcher Shorty wird aus honigbraunem Wildleder hergestellt und am Gürtel oder Hosenbund eingehängt. Er ist universell für Rechts- und Linkshandschützen einsetzbar. In jedem Set mit dabei sind natürlich auch Pfeile. In diesem Fall findet ihr in jedem Einsteigerset sechs Slimlines-Standardpfeile. Hier spannt Tim den Bogen auf. Dazu haben wir euch den Barepore Spanngurt aus robustem Nylon mit ins Paket gepackt. Grundsätzlich ist der Spanngurt etwas breiter als die herkömmliche Spanschnur. Dadurch haben wir mehr Kontrolle beim Aufspannen. Bei der Hero-Serie war es uns wichtig, dass wir auch im günstigen Preisbereich schöne und leistungsstarke Bögen anbieten können. Unsere Hero-Bögen überzeugen mit einer tollen Leistung und ihrer schönen Holz-Kombi. Das dunkle und rauchige Action-Boot wird durch seine Akzentstreifen aus Ahorn und Bubinga hervorragend zur Geltung gebracht. Zudem kann jeder einzelne Bogen unserer Hero-Serie über den Bogensattel oder mit einer Pfeilauflage geschossen werden. Unser Armguard Dynamic besteht aus einem Kompressions-Spanndecks. Dadurch passt sich der Armguard Dynamic perfekt deinem Unterarm an. Um den Bogenarm vor der Bogensehne zu schützen, haben wir zusätzlich eine Gummiauflage auf das Spanndecks aufgebracht. Dadurch wird dein Unterarm garantiert geschützt. Wir empfehlen euch den Schießhandschuh Classic. Bei ihm haben wir auf ein extrem weiches und hochwertiges Rinderleder zurückgegriffen. Er schützt die Finger optimal und bietet sehr guten Tragekomfort. Bei ihm haben wir dann die Rat voulais fallen пред Er schützt die ganzen Abland probiotik dirt. On top gibt es im Satellux für Erwachsene noch den Arrowcatcher als mobiles Ziel dazu.